Herzlich willkommen zum Video, ich heiße Felix und im heutigen Video möchte ich euch ein neues Projekt vorstellen namens Ethereum Snowball. Und zwar, wie ihr hier oben seht, es ist noch ein bisschen hin bis zum Launch, es sind noch sechs Tage, das Ganze wird launchen am 2. August um 18 Uhr deutsche Zeit. Aber ich möchte hier schon mal quasi ein Video machen, das das ganze Projekt erklärt und werde dann kurz bzw. an dem Tag, an dem das Projekt launcht, nochmal ein aktualisiertes Video machen. Als Update quasi, wenn sich was geändert haben sollte bis dahin. Auf jeden Fall, das Ganze läuft auf der Ethereum Blockchain, es ist ein Ethereum Miner im Grunde, der darauf ausgelegt ist, einen Schneeball zu bauen, also quasi sein Investment als Schneeball zu rollen, um das Investment immer größer und größer werden zu lassen durch Reinvestitionen. Und zwar, wenn wir mit den Statistiken anfangen, ihr seht hier 3% tägliche Rendite, das zu einer jährlichen APR von ungefähr 1000% führt, wir haben eine 10% Tax für Ein- und Auszahlungen, wir haben einen 24-stündigen Cut-Off-Point, heißt ihr müsst in diesen 24 Stunden eine Aktion ergreifen, entweder ihr zahlt aus oder ihr reinvestiert. Man muss mindestens sechsmal reinvestieren, um nicht bei der Auszahlung von der 50% Tax gehittet zu werden. Und es gibt diverse Anti-Whale und Anti-Dump-Mechanismen, die ich gleich im White Paper noch genauer erläutere. Wir haben unter anderem hier einen Profit-Calculator, der anwendbar ist, sobald die Plattform quasi online ist. Von sowas bin ich immer ein Fan, dass man quasi sein Investment bzw. seinen Fortschritt messen kann. Und eben sobald die ganze Plattform online ist, ihr müsst euch wie gesagt auf der Ethereum-Blockchain befinden, eure Wallet hier oben connecten und dann eben sobald der Timer abgelaufen ist. Ich empfehle persönlich immer, wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt bzw. ich werde ja eh noch ein Follow-Up-Video machen, setzt euch einen Alarm auf den Launch-Timer und ihr steigt in der ersten Sekunde, nachdem der Timer hier auf 0 gelaufen ist, in dieses Projekt ein. Ihr solltet natürlich vorher schon eure Ethereum auf der Wallet haben und geht dann quasi über den ersten Link in der Videobeschreibung, kommt ihr auf die Seite in dieses Feld, gebt dann beispielsweise 0,5 Ethereum ein, die ihr hier staken wollt, geht dann auf Buy Snow, also Snow sind dann quasi eure Miner, euer Investment, das ihr hier platziert, auf das ihr dann quasi die 3% Rendite erhaltet, abzüglich natürlich der 10%, die von eurer Investition am Anfang abgezogen werden, heißt, wenn ihr 0,5 investieren würdet, wären dann anfangs 0,45 Ethereum hier in Miner umgewandelt, um euch dann eben die Rendite zu produzieren. Und dann haben wir unten wie gewohnt den Compound-Button, also den Reinvestitions-Button und der Claim-Rewards-Button ist dann der Auszahlungs-Button. Zudem gibt es noch eine Lotterie, die quasi immer 7 Tage lang läuft und sich dann von selbst resettet. Wie funktioniert das Ganze? Dazu schauen wir einmal kurz ins White Paper hier. Und zwar kann man Tickets kaufen, indem man mindestens 0,01 Ethereum investiert. Das ist zum aktuellen Preis, ich habe das schon mal eingegeben, 16 Dollar, also ich glaube für jeden erschwinglich, der in dieses Projekt reingeht. Und somit nimmt man dann quasi automatisch an dieser Lotterie teil, die alle 7 Tage läuft und sich danach automatisch resettet und wieder neu startet. Und das Ganze wird immer ausgeschüttet sonntags vor PM UTC. Das ist quasi 18 Uhr deutsche Zeit, sonntags wird das Ganze immer ausgelost. Dann wie gesagt noch zu den Key Features, wo ich vorher kurz erwähnt habe. Aber es gibt Anti-Bot-Mechanismen, dass quasi der Contract automatisch sieht, wenn auffällige Transaktionen stattfinden, dass Bot direkt geblacklistet werden. Heißt, diese Wallet kann dann nicht mehr mit dem Contract interagieren. Und die Anti-Whale-Mechanismen, die finde ich hier etwas schwach. Das würde ich weit niedriger ansetzen. Und zwar haben sie hier ein 50 Ethereum Maximum angesetzt, dass es hier keine großen Wale geben wird. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, dass jemand 50 Ethereum hier ins Projekt einzahlt, das wären über 80.000 Dollar zum aktuellen Zeitpunkt. Deswegen ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand so viel Geld in diese Plattform eben investiert. Das erstmal grundsätzlich. Ihr findet das Projekt als ersten Link in der Videobeschreibung. Ich werde euch zusätzlich natürlich auch noch dieses White Paper hier verlinken. Falls noch Fragen bestehen, hier ist nochmal ein exaktes FAQ, wie das Ganze funktioniert. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, euer initial eingezahltes Investment bekommt ihr nicht raus. Aber ihr kriegt diese Rendite von 3%, die hier eben angegeben ist, solange das Projekt läuft. Also solange sich quasi Funds in diesem Contract befinden. Ihr seht das auch hier nochmal. Und zwar, wo habe ich es jetzt gerade gesehen? Can I get my initial back? Nein, es ist gelockt im Reward Pool. Aber ihr kriegt eben die Rewards, solange das Projekt läuft. Und alles andere ist hier drunter auch noch erläutert. Eine Sache, die wahrscheinlich ebenfalls noch zu klären ist, da das Ganze auf der Ethereum Blockchain läuft, sind die Gasgebühren natürlich etwas erhöht. Das sollte sich hoffentlich anpassen, sobald Ethereum 2.0 draußen ist. Aber aktuell, ihr könnt das Ganze mit dem Ethereum Gas Tracker hier auf dieser Seite, ich werde euch das ebenfalls in die Videobeschreibung packen, sehen, wann die beste Zeit ist, ins Projekt zu reinvestieren, um möglichst wenig Gasfees, also Gasgebühren zu bezahlen. Als letztes noch kurz, die Telegram-Gruppe beinhaltet auch schon fast 2500 Member, von denen 192 aktuell online sind. Also das schaut mir tatsächlich so aus, als wären die Member hier nicht gebottet, sondern das sind richtige Personen. Auf Twitter sehen wir ähnliche Zahlen, also das Ganze sieht sehr, sehr gut aus. Und wenn wir uns nochmal auf die Homepage bewegen, sehen wir, es soll auch noch ein USDT Snowball Projekt in Zukunft kommen. Und weitere Dinge wie ein Token, ein NFT und ein P2E-Game sind zukünftig geplant. Deswegen erwarte ich mir sehr viel davon. Nochmal, Launchstart um 2. August, 18 Uhr deutsche Zeit. Ich werde vermutlich am 2. August nochmal ein Video dazu hochladen. Das sollte dann nächsten Dienstagvormittag hochkommen, falls sich bis dahin was verändert hat. Ansonsten einfach nochmal als kleiner Reminder, dass das Projekt dort startet. Interessant natürlich für alle, die sich jetzt mit Ethereum in diesem Bärenmarkt eingedeckt haben. Und darauf eine 3%ige Rendite in diesem Bärenmarkt erhalten wollen. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Alles Wichtige wie gesagt unten in der Beschreibung. Wenn Fragen aufkommen, gerne in die Kommentare. Wenn es ausführlicher werden sollte, kannst du mir auch gerne auf Twitter schreiben. Der Link ist unter anderem hier auf dem Kanalbanner oder in der Videobeschreibung. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.